wir sind hier beim temporalen konflux wir haben gestern hier drüben elementare gekillt hier drüben haben leute befreit die vorher hier nicht da waren und ja jetzt einmal hier auch ein gasthaus wir haben hier händler aber wir können hier noch eine quest von chromie annehmen der nie endende countdown sprecht mit chromie wenn ihr bereit seid ich bin bereit meine vision kam zu spät sie haben einen tunnel in die zeit gerissen und taumeln durch die endlosen möglichkeiten ihr müsst sie finden und auf den rechten kurs bringen bevor das ganze gewebe der realität zerreißt okay also chromie ist jetzt mit dem anderen drachen irgendwie in einem zeitriss wir haben jetzt hier einen flugpunkt wir können da drüben die quest abgeben bei notstorm wir alle spielen unsere zeitmanagement stürzt durch die zeit versammelt eure verbündeten und sprecht anschließend mit notstorme ausiert auf dem grad des schicksals also ich muss jetzt mit drei leuten reden schon an der zeit ich bin sofort da und da drüben der taure ihr habt immer zeit so sprecht mit notstorme ist die sich habe einen zeitpunkt lokalisiert an dem wir chrono finden könnten ihr müsst das zeitportal von der anderen seite offen halten meine vision zeigte mir nicht viel ich konnte nur feuer eis und chaos sehen sorgt euch nicht ich kümmere so dann können wir die quest abgeben in die zukunft reist in die zukunft der primalisten temporal abstimmung wendet den chrono kristall in der zukunft der primalisten auf eternus und chromie an um zu finden dass sie weiter durch die zeit fallen der eine fahrt muss gewahrt bleiben alles da dann einmal hier rein portal in die zukunft genommen die primalisten rüsten sich für einen angriff auf den temporalen konflux sie dürfen keinen zugang zum zeitportal erlangen die aktiviert ihre elementarportale sie wollen diese portale nutzen um ein monster auf und widerstand ist nicht zwecklos helft widerstandskämpfern in der zukunft der primalisten zeit verschaffen sammelt elementar essenz für das überlebenden lager okay also wir müssen jetzt hier portale deaktivieren hallo wie kann ich das denn die akt 8 du scheiße das sind ja mieter mobs also man muss hier in der nähe primalisten töten um das portal schließen zu können ok na da drüben liegt irgendeiner war hier nicht noch einer ja komm nein hier her ich habe keine ahnung was genau ich hier jetzt machen muss oder sind wieder primalisten aber das ist ja das ist ja jetzt schon ganz rechts drüben so und nun ich habe keine ahnung wie das hier funktioniert ich habe keine ahnung wie das hier funktionieren soll und das geile ist ich habe nicht mehr lange zeit ich habe keine ahnung wie das hier ist 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 komisch hier ich finde es ist echt komisch so von dem einen brauche ich jetzt noch einen so da habe ich jetzt die und dann brauche ich noch temporalposition stimmt das ziel auf die fülle ich verstehe hier gar nichts mehr alles komisch alles ganz komisch hier und ich brauche jetzt noch zwei stück die ich heilen muss muss hier irgendwas machen einsammeln okay das hat gar nichts gebracht jetzt kann auch sein dass es hier zu den 100 dazu gehört hat hier ok geheilt habe ich jetzt alle dann muss ich jetzt hier drüben bei denen muss ich dann hier draufklicken oder so war es das da vorne ist immer noch das eine portal und ich weiß halt nicht kann ich das hier fünf minuten habe ich dafür noch kann ich das hier jetzt ist das fertig muss ich das portal noch selbst schließen ich habe keine ahnung das ist ganz komisch hier kriegs halt auch nicht erklärt was du machen musst ich kenne den allen jetzt noch und wenn dann nichts passiert und dann war es das wir leben hat er noch 147.000 dann ist ja bald down sein also die die quest ist ganz ganz komisch da hat sich nichts geändert ich will mal bei einem der anderen portale kurz gucken also da drüben ist noch eins da hinten müsste noch irgendwo eins sein ja wie gesagt ich habe keine ahnung was hier zu tun ist ich weiß auch nicht wie ich jetzt hier raus kommen soll so wir haben hier eine quest zum abgeben wir haben hier eine quest zum abgeben und wir haben hier eine quest zum abgeben so und wir sollen jetzt in die gegenwart zurückkehren und dann nutzt die temporale abstimmung aber wertvoll gebt acht an welchen fäden ihr zieht ok und hier die eine der zorn des sturms in der zukunft der primalisten habe ich eigentlich gemacht egal gut wir werden dann morgen hier beim temporalen konflux weitermachen dann bis morgen